Hallo und herzlich willkommen wieder hier aus der Bergwirtschaft. Wir möchten eine neue Woche starten mit unserem Prinzess. Ein Cocktail, nicht nur für Prinzessinnen, natürlich auch für die Prinzen. Und dafür benötigen wir von unserem Bacardi 4cl, von unserer Sahne etwas Kokosnussirup, Ananas-Saft und Orangensaft. Also was die Kokos und weißen Rum mögen. Wir benötigen Eis, wieder damit wir das ordentlich kräftig schütteln können. 4cl von unserem Bacardi, von unserer Sahne auch ca. 4cl. Jeder, der es etwas sahniger mögt, kann das nach Belieben auch variieren, entweder mehr oder weniger. So, und natürlich von unserem Kokosnussirup, ca. 2-3cl, je nach Belieben wie süß es sein soll. Und das Ganze wird aufgeschüttet mit Ananas-Saft. Wenn es jetzt nur Ananas-Saft gewesen wäre, wären wir bei unserer Pina Colada angelangt. Aber wir möchten noch mit Orangensaft auffüllen. Deswegen Rinse es. Das Ganze wird kräftig geschüttelt. Schauen, ob danach eine Prinzessin rauskommt. Aber spätestens nach dem Triffen ist jeder, der anbringt, selber eine Prinzessin oder einen Prinz. Das Ganze wird ins Glas eingehüllt. Sehr schön cremiger Cocktail. Schon lange nicht mehr gehabt. Dazu noch die Strohhalme. Und da werden wir angelangt bei unserem Prinzessin schmecken lassen.